So, guten Tag, wir sind die Gruppe Elevator Madness. Dadurch, dass wir so eine Riesengruppe sind, die übrigens besteht aus Peter, Leon, Joshua, Simon, Fabian, Henning, Moritz und meinerseits Paul, haben wir unser Projekt in zwei Teilgruppen gegliedert, nämlich zuerst die Fahrstuhl Datenkrake. Diese generiert die Daten, die wir dann später analysieren können, deswegen sind wir auch Team 1 von 2. Und, genau, jetzt erstmal die Frage, das funktioniert doch, welche Daten wir überhaupt generieren. Und zwar, wir generieren mit einer KI, dazu kommen wir später auch noch, wenn mal die Technik funktionieren würde, erstmal in welchem Stockwerk wir uns gerade überhaupt befinden, die aktuelle Fahrtrichtung und auch noch die Geschwindigkeit. Genau. Und jetzt kommen wir mal zur Hardware und zwar dazu rufe ich einmal, genau. Ja, wie haben wir das umgesetzt? Also Hardware-seitig haben wir zuerst ganz viel 3D gedruckt. Das liegt daran, dass wir am Aufzug drüben im Verschwörhaus ein paar Dinge noch anbringen mussten, damit unsere Technik quasi funktioniert. Und das ist hier so ein Apparat. Also das ist ein Raspberry Pi, das ist so ein kleiner, ein Platinencomputer, ungefähr so groß. Und die passende Kamera dazu. Das ist alles in einem selbstmodifizierten, 3D gedruckten Gehäuse. Und dieses Gehäuse ist deshalb so spezial, weil ganz einfach dieses Gehäuse an der Decke des Fahrstuhls montiert wird, unmittelbar vor der Anzeige der Etage. Das heißt, mit der Kamera können wir Bilder von der Etagenanzeige beziehungsweise der Fahrtrichtungsanzeige des Aufzugs machen. Ja, genau. So sieht es dann nochmal von der anderen Seite aus. Wir haben hier auch noch eine Powerbank, um quasi im Fahrstuhl auch genügend Energie für unseren Raspberry Pi zu haben. Gut, und weiter geht's mit Henning. Wir hatten auch ein paar Probleme. Zum Beispiel der WLAN-Empfang ist in einem Fahrstuhl nicht unbedingt der beste. Wir haben einfach die Kamera genutzt, um zu erkennen, ob die Tür auf ist. Vor allem, dann geht's. Also dann ist der Empfang akzeptabel genug, um ein bisschen was rauszuhauen. Also, wer vorher das Bild mit dem Pfeil oder dem Stockwerk gesehen hat, wird sich vielleicht denken können, dass die Auswertung von sowas nicht so ganz einfach ist, weil sobald mal jemand in diesem Aufzug rumhüpft, was wir eventuell probiert haben, verschiebt sich eben das Bild und es ist an einer etwas anderen Stelle, was eben relativ schwierig zu umgehen ist. Deswegen haben wir ein neuronales Netzwerk, auch bekannt als KI, gebaut. Wobei wir eben mit der Kamera des Raspberry Pis erst mal um die 60 Bilder geschossen haben, an die wir dann eben manuell herangeschrieben haben, was es gerade ist. Also quasi Stockwerk U2 und der Pfeil zeigt nach oben. Und damit haben wir dann diesem Programm eben beigebracht. andere von diesen Pfeilen und eben Pfeilen und Stockwerken zu erkennen und die uns dann auszugeben. Selbst wenn die Bilder noch nicht in dem Programm sind. Das Ganze lässt sich vergleichen mit dem Prozess, wie Informationen im menschlichen Gehirn verarbeitet werden. Deswegen auch neuronales Netzwerk. Und wie das funktioniert, erzählt euch Simon. Genau, also wir haben das maschinelle Lärm benutzt, damit es flexibler ist, wie er gesagt hat. Und was wir genau benutzt haben, ist ein CNN, ein sogenanntes Convolutional Neural Network. Das klingt kompliziert, es ist es auch. Aber im Grunde ist es, so wie er gesagt hat, einfach nur, simuliert es einfach nur das Gehirn. Oder eher gesagt die Neuronen da drin. Ja, und wir haben deswegen das hier in N benutzt, weil es sehr gut für die Bilderkennung und Verarbeitung genutzt werden kann. Und das kann man dadurch, weil es schnell lernt oder erkennt, wo sich relevante Daten befinden und was diese bedeuten. Genau, der Rest wird weggelassen, weil es einfach unwichtig ist. Das kann natürlich nicht alles auf einmal gemacht werden. Das heißt, es wird in mehreren Instanzen ausgeführt. Zuerst wird zum Beispiel Kanten erkannt in dem Bild. Dann in dem nächsten werden Formen erkannt oder Linien. Und zum Schluss dann eben, ob der Pfeil nach oben oder unten zeigt oder welches Schockwerk eben angezeigt wird. Genau. Und dann geht es weiter jetzt, was wir mit diesen Daten gemacht haben mit der nächsten Gruppe. Erstmal ein Applaus soweit für das erste Projekt des Teams. Ich glaube, liebe Eltern, liebe Erwachsene, liebe Verwandte, das ist eine Information, die Sie auch für sich mitnehmen können. Künstliche Intelligenz ist eigentlich ganz einfach. Man simuliert einfach nur das Gehirn. Beifragen wenden Sie sich an unsere super talentierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. So, und jetzt kommen wir zur Frage, jetzt haben wir auf wirklich intelligente Hightech-Art jede Menge Daten generiert. Und jetzt kommen wir zur Frage, was können wir mit den Daten jetzt anfangen? Und jetzt kommt auch der Punkt, wo wir wieder zu unserem Ansatz kommen, dass wir tatsächlich auch die Welt verbessern wollen, weil wir können wirklich nützliche Dinge mit diesen Daten tun, die uns nutzen, die der Umwelt nutzen. Und damit gebe ich das Wort zurück an die Teilnehmer. Genau, vielen Dank. Also, um unsere gesammelten Daten auszuwerten, haben wir erstmal eine Webseite aufgesetzt, die ihr hier gleich sehen werdet. Genau, also wir haben ja jetzt jede Menge Daten gesammelt, wann der Aufzug wo ist, in welche Richtung er fährt. Um diese gesammelten Daten dem Endnutzer zur Verfügung zu stellen, haben wir diese Grafik erstellt, damit ein Fahrgast zum Beispiel wissen kann, wann wo der Aufzug steht, um möglichst effizient damit fahren zu können. Zum Beispiel dann, dass man dann in der Pause vielleicht fünf Minuten früher anfängt, dass man dann wunderbar den Aufzug noch erwischt. Damit, das wäre natürlich auch eine gute Ausrede, um früher mit der Pause anzufangen. Dazu könnte man damit auch Strom sparen, weil man einfach weniger fahren muss. Und man kann damit anderen Leuten noch die Optionen geben, selber Projekte dazu zu machen, weil wir diese Daten dann im Sinn von Open Data auch anderen Leuten zur Verfügung stellen. Ich würde euch jetzt gerne erstmal diese Webseite kurz da vorstellen. Wir haben ganz oben haben wir unsere Grafik, wo gerade jetzt der Aufzug steht. Wie man sehen kann, ist er gerade im ersten Obergeschoss. Und unten drunter seht ihr eine Tabelle mit ein paar Timestamps, wann der Fahrstuhl an welcher Stelle war. Ja, unten drunter haben wir ein paar Informationen aufgeschrieben zu unserem Projekt im Allgemeinen. Wir haben unser Projekt kurz vorgestellt und wie genau der Raspberry Pi funktioniert, wie er aufgehängt ist. Das könnt ihr hier auf diesem Bild auch nochmal sehen. Und unten drunter haben wir als einen kleinen Gag einen kleinen Drucker noch aufbereitet, um ihn für unsere Zwecke zu benutzen. Und darüber erklärt euch jetzt mehr der Peter. Erstmal, jetzt wäre es sehr, sehr toll, wenn wir vielleicht diese Kamera da benutzen könnten, um das anzuzeigen. Tut mir leid. Ja, also was nützt uns das Ganze Sinnvolle, wenn wir nicht auch irgendwie Spaß haben könnten. So, wie Sie sich wahrscheinlich alle jetzt gerade oder auch schon vorhin gefragt haben, wozu ist da eigentlich dieser Drucker? Ja, warum ist der da? Weil wir Spaß dran hatten und weil wir eine Challenge drin gesehen haben, den in Betrieb zu nehmen. Denn vor uns hat das anscheinend angeblich noch keiner geschafft. Was ist das eigentlich? Das ist ein Badge-System und es macht auch Quittungen für eine Fahrstuhlfahrt. So, unser Gag hier hat bestimmt auch den Teilnehmern von der Jugendtec sehr, sehr viel Spaß bereitet. Denn wir haben eine API geschrieben, mit der wir theoretisch einfach im Webbrowser was eingeben können und dann auf das Drucken, äh, das machen können und dann wird das ausgedruckt. Und das funktioniert echt perfekt. Ähm, genau. Wir haben natürlich daraus was Quittungen gedruckt. Das hier sind natürlich keine Quittungen, leider. Aber, ähm, genau. Wir haben natürlich auch noch das Badge-System, was so eine Art Errungenschaften sind. Äh, zum Beispiel kann man da den Party-Modus erreichen. Und zwar wäre das jetzt hier. Ich weiß nicht, ob man das schön sehen kann. Egal, man sieht es nicht. Da steht drauf Party. Du befindest dich im Party-Modus. Du bist zweimal mit annähernder Lichtgeschwindigkeit durch das Gebäude gerast. Eigentlich sollte nun Musik angehen. Genau, ähm, wir haben auch noch ganz viele Ideen, wie wir den, äh, das Badge-System toll ausbauen könnten. Zum Beispiel mit, ähm, Marathon-Fahrstuhlfahrer-Badges und einigem anderen. Und wir hatten auch noch eine Idee, das online auszubauen. Und dazu erzählt euch jetzt Joshua ein bisschen was. Genau. Also wir wollen das Ganze, ähm, in der Zukunft vielleicht noch weiter ausbauen mit einem NFC-Lesegerät. Da kann man entweder eine Karte oder sein Handy vorhalten. Und dann kann man damit das Ganze online, ähm, auslesen. Da werden die ganzen Achievements online gespeichert. Und dann kann man die mit anderen Leuten vergleichen und entweder auf Twitter posten oder was auch immer man damit machen möchte. Des Weiteren wollten wir dann noch speichern, wie oft man hochgefahren ist, runtergefahren ist, welches Stockwerk man am häufigsten benutzt hat, äh, in welchem Stockwerk man am häufigsten gewesen ist. Genau. Das ist unsere Planung für die Zukunft. Genau. Ja, ich hoffe, ähm, oder wir alle hoffen, dass Ihnen unser Projekt ein wenig Spaß bereitet hat und gefallen hat. Ähm, wir danken für die Aufmerksamkeit und danke schön. Tschüss. Applaus Applaus Vielen Dank.